Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier bei mir auf dem Kanal. So, wir stehen nicht ganz umsonst hier vor dieser schönen schönen Karte von Washington, wo Kopfgeldeinsätze drübersteht, denn wir müssen uns noch einen der Schergen von Stovepipe hier widmen und da schauen wir jetzt gerade mal ganz kurz nach. Hier haben wir Stovepipe und Lieutenant Bantam ist jetzt fällig, würde ich jedenfalls sagen. Will ich jedenfalls hoffen. Okay, wir schauen mal nach. Da ist der Kopfgeldeinsatz. Bingo. Fungibudem und zuerst müssen wir uns anscheinend um die zwei Kollegen kümmern. Ne, hier haben wir Kollege Bantam. Um den kümmern wir uns natürlich. Um die könnten wir uns auch kümmern. Sollen wir das zuerst tun? Nein, ich denke, das andere wird uns schon mehr als genügend hier beanspruchen. Dann gehen wir doch direkt hier auf den Lieutenant. Kopfgeldeinsatz aktivieren. Überspringen. Und das Ziel ist erfasst. Also los geht's. Wir müssen zum Bostandseventcenter, wenn ich richtig weiß. Und da würde ich doch sagen, nehmen wir doch erstmal hier eine Schnellreise in Anspruch. Sparen wir uns ein paar Meter und beamen uns zum Kontrollpunkt. Sehr schön. So, wie sieht's aus? Inventar ist voll. Logisch eigentlich. Und wir müssen hier links rum. So, dann nehmen wir wieder unser G36. Kurz mal durchladen. So, und dann haben wir gleich mal die Feuerunterstützung aus der Luft aktiviert. Man weiß ja nie, wem man so alles hier begegnet. Okay, da müssen wir hin. Schubidu. So. Ah, oh, oh, oh. Bost ist doch. Bost ist doch. Okay. Dann bringen wir das Geschütz hier oben. Ah, es geht schon los. Die Jungs haben es schon begriffen. Nein, du setzt bitte keine Drohnen ein. So, da ist noch einer unterwegs. Oh. Hat eine bunte Stimmung anscheinend. So, da hinten ist noch was. Komm hoch, komm hoch. Bingo. Sehr schön. Da werden wir jetzt so nicht mehr hochkommen. Okay. So, Drohne ist auch wieder einsatzbereit. Sind wir hier wirklich richtig? Da drüben müssen wir irgendwo hoch, glaube ich. Jep. So, dann haben wir uns hier erstmal ein bisschen warm geschossen. Potomac Event Center. Da müssen wir hin. Oh, jep. Ah, ja. Naja, ups. Okay. Und gehen wir aus der Linie, aus der Schusslinie. Okay. Auch das war eher zum Warmschießen. Nein. Ah, ja. Potomac Event Center. Das war diese Geschichte, glaube ich. Genau. Da müssen wir dann hier hoch. Und dann wird es, glaube ich, spannend. Das war das mit den Booten und so weiter. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Okay. Oh, ja. So, wo sind wir denn besser dran? Links oder rechts? Huch. So, geschützt da hin. Oh, ja. Den machen wir noch weg. Schon leicht angeschossen. Oh, ja. Da kommt auch einer. Ach, was. So, da hinten kommt was. Und, bingo. Alarmstufe erhöht. Okay. Gehen wir mal wieder da hoch. Oh, ja. Ah, ja. Stimmt. Der Kollege hat wieder die böse Munition. Das macht dann mehr Aua. So. Dann mal zur nächsten Baustelle. Da müssen wir aber da oben lang, wenn ich mich richtig erinnere. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Nee, da müssen wir durch. So. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ach, was. Da helfen wir doch mal kurz. Boah. Okay. Aber eigentlich müssen wir in die Richtung. So, was haben wir denn da? Zinkgerichtete Beute. Aber immer noch nicht dieses Ninja-Dingens. Und das werden wir auch so schnell nicht kriegen. Aber hier Munition mal auffüllen. Okay. 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 Oh, da stehen sie ja schon. Und ich seh sie gar nicht. Huch. Huch, huch. Huch. So, mal da noch reingehen. Bis die es doch da kommen sehen. So, da kommt einer ganz geschwind. Bis das Eck. Oh ja. Und er hier. Und er hier. Und er hier. Rechte Flanke aufpassen. Geschütz, rechte Flanke. So, er möchte auch noch bedient werden. So, wieder eine Rolle vorwärts. Hat er es versucht. Aber nein, nein, nein. Okay, kommen wir da ran. Können wir es so aufnehmen? Ja. Bingo. Sehr schön. So, das werden wir jetzt erstmal hier aus dem Weg nehmen. Okay. So. Äh, da war doch irgendwo noch. Hier war er doch. Genau richtig. Da war er doch. Haben wir da links nicht. Das haben wir schon mitgenommen. So, dann weiter hier mal im Konzept zum Lieutenant Bantam. Er wartet sicherlich schon auf uns. So, da war doch irgendwo, glaube ich, konnte man hier wieder aufmunitionieren. Da unten, da unten, oder? Jep. Hm. Ist einer auf dem Wachturm? Nein. Die sehen aber auch so gar nichts, gell? Hat man so manchmal den Eindruck. Okay, aber ich will mich nicht beschweren. Denn ich liebe diese Tage. Oh, da ist einer. Oh, jo, 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 jo. Okay, da wird einer mit bösen, bösen Granaten. Ja, ja, bitte kein Geschütz aufbauen. So, das Geschütz ist noch da. Okay. Das sind noch Buben unterwegs. Da ist noch, da ist noch, da ist noch einer. Ja, der wäre weg. So, da kommen sie. Die nächste Welle, Freunde. Huch. So, so. Eintreffende Verstärkungsaufforderung. Ja, weg, weg, weg. So, rechts ist noch irgendwo einer. Da hinten, da hinten lungert noch einer. Oh, der ist aber weit weg. So, aber da müssen wir ja nicht vorsichtig sein. Der hat wieder diese böse, böse Spezialmunition. Mit Aura-Effekt. Okay. Ja, irgendwas höre ich. Irgendwas höre ich. Ah, ja. Hab dich. Komm hoch, komm hoch. Ach, du Schande. Oh ja, jetzt mit dem taktischen Rückzug angetreten. Zack, 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 zack. Jo, da höre ich doch wieder ganz böses Zeug durch die Luft fliegen. Lass mal hier in Deckung gehen. Und dann holen wir die große Wumme raus. Den großen Hammer. Und wo ist der Kollege? Ach, da ist er. Okay. Doch. Gibt's doch gar nicht. Doch bei Roller. So, das heißt, da werden nochmal welche rauskommen. Schubidubidu. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Kommt, kommt, kommt. Kommt. Ja, irgendwo höre ich ihn. Irgendwo höre ich ihn. Ach, da hinten. Hups. Stimmt, da hat er die große Wumme. Haben wir noch eine? Ja, da haben wir doch noch eine für ihn. Für dich haben wir noch exklusiv eine. Na, also. Geht doch. So, die machen wir auch weg. Haben wir da hinten noch irgendwas? Haben wir da irgendwas vergessen? Nee, da war nichts Wichtiges für uns, oder? Da war nichts Wichtiges für uns. Nee, das Zeug brauchen wir nicht. Wir gehen weiter in die nächste Runde. So, wir wissen ja, dass wir vermutlich nicht das ganze Ding hier durchlaufen müssen. Irgendwo wird dann jetzt der Final sein, das hier schon ist. So, Ziel neutralisieren. Ach, da hinten. Gebt mir Deckung, damit ich näher rankomme. Ups. Werft wieder mit irgendwelchen Sachen hier um sich? Oh mein Gott. Ah, was hat das? Oh, 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 oh. Da habe ich, glaube ich, nicht aufgepasst. Da habe ich, glaube ich, nicht aufgepasst. Ach, du Schande. RPG. Äh, ja. Oh ja, da oben. Okay, hab dich. Ach, da hinten ist der Bub. Gau dich. Ah, da guckt das Teilchen raus. Oh ja. Ja, komm jetzt. Mach ihn weg. Wofür habe ich denn die Drohne? Ah, da muss man alles selber machen. Ach, du Schande. Da kommen sie. Da kommen sie. Und da machen wir erstmal diesen hier. So, ein bisschen bessere Position. Ja, da ist mir lieber. Weil durch diese hohle Gasse werden sie kommen müssen. Es führt ja kein anderer Weg nach Küstnach. So, der ist schon mal weg. Und das Geschütz sammeln wir ein. Und die Drohne kümmert sich hoffentlich nochmal um jemanden. So, was ist? Ah, da kommt er, glaube ich. Ist er das? Ist er das, unser Lieutenant? Erinnend? So. Da müssen wir nochmal schauen, dass wir hier nicht aus Versehen... Oh, da kommen noch mehr. Und rennen alle lustigerweise in die Richtung. So, kommen da noch mehr raus? So, sehr schön. Das klappt bis jetzt. Na ja, die kommen da alle aus dieser Hütte raus. So. Ach du Schande. Wie, was, wo, wer? So, okay, hier scheint jetzt alles clear zu sein. Also doch erst beim nächsten. Wir sammeln nochmal ein paar Raketen ein. Die können nie schaden. Was haben wir denn da Schönes? Was haben wir denn da Schönes? Das war von dem Kollegen hier. Ich schieße halt mal mit Raketen auf dich. So, Bingo. Bingo. So, Rucksack brauchen wir keinen. Das nehmen wir auch mit. Also, dann gehen wir mal weiter hier. Und dann geht es jetzt hier weiter. Und müssen wir doch bis rein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir bis zum Theater rein müssen. Schubidu. Wieso? Ja, aber die können mit Sicherheit nicht hierher. Jetzt muss ich erst mal überlegen, wie kommen wir wieder hier hoch? So. Kommt hier? Kommt hier? Kommt jemand oder kommt niemand? Kommt hier? So, wo geht es rein? Entweder da hinten. Nein. Da lang. Alarmstufe 3 erhöht. Kontrollpunkt ist jetzt. Aha. Ne, das ist so was anderes. Das ist was anderes. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Ja, vorher sind wir immer da lang. Jetzt kann es sein, dass es da weiter geht. Ne, da geht es auch nicht weiter. Ich denke doch, wir müssen doch da rein oder nicht? Oder wie oder wer? Und das ging doch dann entweder da hinten rein. Oder es ging da hinten rein. Jetzt gehen wir mal da hoch. Laufen da oben lang. Nö, da geht es ja auch nirgends lang. Äh, ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Ich habe so das Gefühl, uns fehlen Gegner. Oder hätten wir doch in die andere Richtung gemusst. Geht es jetzt diesmal woanders lang? Ja, aber da zeigt er mir ja auch nichts an. Äh, kommen wir da wieder hoch? Ne, da kommen wir jetzt gar nicht mehr hoch. Oh, Freunde. Äh, jetzt riecht ich das ja erst. Hä? Oha. Ach du Schande. Jetzt geht es... Uh. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen in eine schlechte Ausgangslage gebracht. So, dann bringen wir mal das Geschütz dahin. Okay, dann hierher. So, wo springen sie rum? Jetzt sind wir wieder im Spiel. Ach du Schande. Jetzt kommen sie von da. Okay. Okay, da hoch. Gut. Oh. Da ist auch einer. Oh je. Für dich habe ich aber was Spezielles. Ach, jetzt kommen sie von hinten wieder. Ups. Oh man. Oh man. Ah, okay. Dann hierher. Ich kriege ich, kriege ich, kriege ich. Ah, aua, aua. Ach, da hinten springen auch schon wieder welche rum und wollen da hoch. So. Hm. Wer hier? So, wo seid ihr? Wo seid ihr? Nicht verstecken. Wie Suchermine. Aha. Da hinten bewegt sich was. Ah. Da ist er. Okay. Oh ja, das wird jetzt interessant. Das wird mit Sicherheit lustig. Ja, Granate raus. Nee, ich habe Fallgeschütze aufgedaut. So, wir haben noch ein bisschen von den Dingern hier. Und wir sollten sie auch benutzen. Ah, Mann. Das Geschütz kommt weg. Weil das behindert nur unsere Drohne bei der Arbeit. So, Lieutenant. Jetzt nur noch du und ich. Ja, komm raus, komm raus, komm raus. Trau dich, trau dich, trau dich, trau dich. Traust dich nicht, ne? Ja. Ja, da würde ich doch sagen, nachdem wir uns Lieutenant Bantam zur Brust genommen haben, dann würde ich doch sagen, was würde ich dann sagen? Dann gucken wir uns doch einfach mal diese Videoaufnahme an. So, wir packen aber erstmal hier einen Buschen zusammen. Sehr schön. Das hat mir wieder gut gefallen. Da sind wir doch wirklich am Stück mal durchgekommen. So, was hat der Kollege denn für uns noch zu bieten? Außer einen Stufenaufstieg. Ja, nehmen wir mal mit. Können wir später noch aussortieren. Was wir nicht brauchen, den brauchen wir jedenfalls nüscht. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Nebeneinsatz entdeckt. Ah ja, klar, logisch. Das ist jetzt diese Drohnenaufnahme. Die werden wir uns gleich ansehen. Diese Drohne hier werden wir erstmal in Rente schicken. Wunderbar. Ja, und dann würde ich doch sagen, an dieser Stelle nehmen wir jetzt wieder mal den Hyperloop. So, wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Blub, 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 blub. Hyperloop. Dritte Aufnahme anhören. Danke. Die dritte Aufnahme anhören, das werden wir doch gerne tun. Stubidu. Feindlicher Kontrollpunkt entdeckt. Machen Sie sich Sorgen wegen der Strahlung? Sie haben mit Chunks geredet, stimmt's? Nein. Staufpipe. Ganz ruhig. Nehmen Sie Ihr Jod ein. Sie halten die Gerüchte für falsch? Über St. Louis? Ja. Immer wenn die Leute sagen, es ist doch nur ein Gerücht, versuchen Sie etwas zu vertuschen. Also ja, ich glaube, die Gerüchte sind wahr. Scheiße. Vergessen Sie St. Louis. Fairview ist das Problem. Warum? Wissen Sie, wie die mit dem Atommüll umgehen? Nein, nein, nein. Das hätten Sie uns gesagt. Junge. Ich glaube, dein Helm brennt. Agent Brauch... Seit wir Major Castillo verloren haben, herrscht dort Chaos. Ich verstehe, warum Sie ihn ausschalten mussten. Aus Kummer hat er schlimme Dinge getan. So, Freunde, damit wäre dieser Einsatz abgeschlossen. Und die nächste Fahndung, wir schauen nochmal kurz rein. Diese Fahndung ist abgeschlossen. Damit sind wir also bei 75% Zielposition vom Kollegen Stovepipe. Und uns fehlt nur noch das gute Mädchen, das in 6 Tagen und 15 Stunden hier auf jeden Fall auf meiner Uhr dann zur Verfügung steht. Ja, das soll es dann erstmal wieder gewesen sein hier mit The Division 2. Wir warten, bis dann hier auch die vierte Fahndung dann zur Verfügung steht. Und dann gibt es mal wieder ein paar Videos dazu. Ich möchte mich an der Stelle, und das machen wir von dieser Seite, und zwar, Augenblick, so, mit, na, Stopp. Wir bringen den noch hier in Ruhe-Position. Damit möchte ich mich recht herzlich bei euch für euer Interesse und für eure Zeit bedanken. Hoffe, es war ein bisschen kurzweilig. Ich sage Dankeschön und verabschiede mich wie immer mit einem Tschüss, Ciao, Cheerio. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.